Zeilen und oder Spalten fixieren in Kalk LibreOffice 6 Dieses Video zeigt, wie in Kalk Zeilen und oder Spalten fixiert werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Wir öffnen die Datei zeilen- und oder spaltenfixieren.ods Für das Fixieren muss der Cursor zunächst in die richtige Zelle gesetzt werden. In unserem Beispiel setzen wir den Cursor in die Zelle C3. Von dieser Zelle ausgehend werden links und oben davon die Zeilen und oder Spalten fixiert. Im Menü wählen wir Ansicht Zellen fixieren. In der Menüauswahl können wir auswählen zwischen Erste Zeile fixieren, Erste Spalte fixieren und Zeilenspalten fixieren. Wir wählen Zeilenspalten fixieren aus. Wenn wir nun nach unten scrollen, bleiben die Zeilen 1 und 2 feststehen. Sie sind also fixiert. Und wenn wir den horizontalen Scrollbalken nach rechts verschieben, bleiben die Spalten A und B fixiert. Die Fixierung kann wieder aufgehoben werden mit Ansicht Zellen fixieren, Zeilenspalten fixieren. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Versen zum Beispiel Die Sch брitte Die Schreie Kluß Kluß Sie Bewecht D Per Bis zum nächsten Mal.